Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Bausimulador. Es ist mal wieder soweit, wir sind wieder am Stisselminissel. Ja, äh, Walze und Thermmaschine und Schwerlaster ist wieder in der Firma mehr zurückgesetzt, weil ja da das ganze Ding, die haben uns ja wieder abgeladen. Und jetzt suchen wir uns einen neuen Auftrag raus, würde ich mal behaupten, oder? Ja, doch, würde ich schon behaupten. Falscher Knopf. Auf, Aufgebot, äh, was steht da? Egal, Angebote, Aufträge, erneuerbare Energie von der Umweltministerin. Und es ist tatsächlich jetzt schon die Biogas, die auf Mittel 1,5 Mille kostet. Und was haben wir da? So, oh Gott, das ist schon viel. Schon ordentlich. Schauen wir mal kurz. Besprechung, Grundstückserschließung, Gründung, Untergeschoss, Erdgeschoss, Flachdachbau, Gründung, Vermänder, Rohrleitungsbau, Haldenbau, Nachbesprechung. Also, viel Aushub, verdichten müssen wir viel. Kranplatz, schauen wir mal. Oh, hat die Betonwende. Okay, Fundament, Aushub. Ja, okay, haben wir auf jeden Fall alles zu tun. Wieder alles auf hoch und wir nehmen natürlich an. Wir würden sagen, wie startet man ein gutes, neues Projekt? Wie startet man das am besten richtig? Man fährt mit einem Pickup hin und schaut sich den Scheiß erstmal an. Wir sind über zwei Kilometer weg. Erstmal gucken, ob das überhaupt passt, aber fahrstrengen, technisch entspannte Lage. Und überlegt, ob wir über Autobahn könnten wir auch fahren, aber das geht doch nicht. Wir fahren aber, glaube ich, über unsere neue Straße, die wir gebaut haben, um die Umgehungsstraße, oder? Das müsste die Umgehungsstraße sein, Freunde. Geil. Abfahrt, yalla. Dann machen wir heute Baustellenbesichtigung. Einmal. Und. Dann können wir mal gucken, was wir schon mal vorladen. Material. Machen wir es wie bei der Raststätte. Bringen alles auf einmal. Oder holen wir nach und nach. Holen wir abschnittsweise. Das ist, müssen wir mal noch, das entscheiden wir dann jetzt alles in der heutigen Folge, in der nächsten Woche, mit den nächsten zwei Folgen. Ja, wie gesagt, alles, müssen wir alles noch entscheiden. Aber, ob das geht, 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 das geht nicht. Schade. Hätte sein können. Ein Versuch ist es wert. Ihr habt es bestimmt alle, sich bestimmt alle erhofft, dass ich es versuche. Aber, es hat anscheinend nicht funktioniert. Aber gut, jetzt bauen wir die Biogas. Das ist ja so ein kleines Highlight, dass wir dann eine Biogasanlage baut. Bin ich auch gespannt. Ich habe nur mitbekommen, dass das echt heftig viel zu baggern wird. Und vielleicht kommen die heute oder in der, in dem Auftrag sozusagen, unser eigener Dumper, dass wir uns einen Dumper kaufen und einen Radlader endlich kaufen. Vielleicht, schauen wir mal. Und, ja. Das ist jetzt hier übrigens unsere Umgierungsstraße, die wir hier gerade fahren. Cool, cool, cool. Die haben wir hier auch mal benutzt. Die werden wir jetzt die ganze Zeit ein wenig öfters benutzen. Da hinten ist auch das Baugrundstück schon. Hier bis in einem ländlichen Gebiet. Und danach bauen wir ja schon das Windrad. Da werden wir uns dann den großen Schwerlastkran kaufen. Schwerlast, den großen Mobilkran, den schweren Mobilkran. Je nachdem, ob wir jetzt hier einen Kranplatz haben oder nicht, werden wir hier vielleicht sogar schon einen Mobilkran kaufen. Das entscheidet sich, wie gesagt, alles jetzt und hier am Bauernhof vorbei. Und dann hier Rinder zu der großen Halle. Wahrscheinlich hier wird eine Biogase entstehen. Hoppala, das war die Hupe. So, sprechen wir mal mit unserer Umweltbeauftragten. Ich nicht. Oh Gott. Schauen wir mal, ob die so zufrieden sind, wenn die Maiskolonnen da durchs Dorf ballern. So, erstmal, hier geht es schon richtig los. Wir haben schon mal drei mies fette Dinger. Okay, Kranplatz. Sieht aktuell nicht so aus. Aber es ist, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Dose an, würde ich mal behaupten, würde ich mal behaupten. Da werden wir gar nicht erst versuchen, den Atlas hierher zu bringen. Ich glaube nur, dass das viel bringt. Gut. Baustelle besichtige und mehr oder weniger abgeschlossen. Baller mal zurück in die Firma. Dose an, können wir aufladen. Ich glaube, ich will nicht so fahren. Ich will nicht so fahren. Schauen wir mal. Baller mal zurück in die Firma. Dose an können wir aufladen. Ich glaube, eigener Damper. Komm, scheiße, wir kaufen uns einen Damper. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir doch wieder mieten. Aber ganz ehrlich. Kaufen wir uns für die Baustelle einen Damper. Und Radlader. Wir sind auch gerade kurz am Strugglen. Könnt man eigentlich auch kaufen. Ich darf jetzt abfahren. Nicht, dass der mich hier irgendwo in die Scheiße reinreitet. Ich vertraue jetzt einfach mal dem Nabi. Die Tankstelle nehmen wir mit. Können wir schon einmal freischalten. Ja, da laden wir jetzt heute noch vor. Bisschen was. Materialtechnisch. Bin ich auch noch mal überlegen, ob man jetzt. Vielleicht kriegen wir den Kramplatz auch erst später. Das könnte auch sein. Bevor man sitzt, ein Mobilgran da hoch buxieren. Entschuldigung, wir machen mal noch ein wenig. Wir fahren jetzt den Dose an und einen Damper hoch. Also den Damper müssen wir uns erst noch kaufen. Wir holen den dann ab. Den Dose an fahren wir gleich hoch. Und dann... Ach komm. Und dann... Dose fahren wir gleich hoch. Dann baggern wir erstmal wahrscheinlich die nächsten Folgen. Während wir baggern, können wir ja überlegen, ob es sich lohnt, einen Radlader hochzustellen. Dass wir vielleicht mit dem ein bisschen was rausziehen aus dem Loch. Und wahrscheinlich wird es wieder darauf hinauslaufen, dass wir zum Schluss wieder die Raupe hochfahren. Und da noch ein wenig was aus dem Loch rausschieben. Das haben wir ja bis jetzt fast überall so gemacht. Ist aber eine gute Möglichkeit und eine gute Lösung, finde ich. Das mit der Raupe dann gar rauszuschieben. Aber die holen wir dann extra hoch. Vielleicht kriegen wir ja... Den Dose an. Ja komm. Ja komm. Und dann haben wir... dann kommt das brett mal wieder raus da macht es gar keinen sinn mit dem atlas anzufangen weil ich ganz ehrlich das ist solche löcher die weder ausheben müssen die einzige überlegung ist ob man uns nicht einfach zwar in bagger da hochstellen weil das bullshit wir können eben nur mit einem fahrer den cat zum beispiel ich weiß gerne ob der cat nicht größer ist wie der dosan oder ob also es gibt ja die drei großen ketten das ist der liebherr der dosan und der cat ich bin mir jetzt nicht sicher ob die auch unter oder ob die genau gleich sind von von der größe also von der armlänge und form von der armlänge und von der von der schaufel größe her ob die alle gleich groß sind es wäre mal vielleicht auch cool zu wissen und jetzt mein arm anders gemacht dann bringen wir den nämlich heute noch hoch das ist kein problem wenn man den das heute noch hoch bringen dann können wir der nächsten folge holen wir den damper noch und dann können wir auch anfangen zu baggern weil ich will es nicht hier auf dem haufen schmeißen da oben weil dann scheiß man es wieder zu hauen wir schönen damper rein und entleeren den damper könnten auch den scania zusätzlich hoch stellen vielleicht aber muss nicht also ich wir fahren es ja nicht weg wir bleiben ja auf der baustelle deswegen nehmen wir den damper passt bisschen mehr rein und dann wird er in leer können wir uns noch entscheiden dosan bell oder cat aber da ihr eh nicht die möglichkeit habt das in die kommentare zu schreiben weil alles vor produziert wird nehmen wahrscheinlich den cat der gefällt mir irgendwie am besten oder den bell näher wahrscheinlich wird es der cat der gefällt mir am besten und dann gib ihm würde ich sagen das einzige was noch cool wert zu wissen ob der bagger getankt und repariert ist dass wir den da oben abladen anfangen zu baggern und nach der folge ist das ding leer und wir können es wieder aufladen und zur tankstelle fahren selber auch noch ein bisschen scheiße dass du keine mobile tankbombe hast oder so dass du dafür wäre der pickup cool oder der britischen wagen oder was weiß ich die der britischen lkw mit kran dass du also eine tankbombe genauso kaufst wie beim wie die betonbombe kaufst die tankbombe stellt sie hinten auf lkw drauf kannst du damit deine maschine auf der baustelle tanken was so musst du jetzt egal ob bagger oder raube oder was weiß ich musste aufladen unsere tankstelle fahren mit mobil bagger genauso oder so wobei mit dem geht es ja noch der der noch räder aber auch da mit dem ist nervig vor allem wenn die tank stellt sich gerade eben wie bei der raststelle direkt an der baustelle dran ist sondern wie hier wo es dann doch 23 meter unterschied da ist es halt doch immer ein bisschen kacke kannst du nichts machen aber jetzt immerhin den bagger schon mal oben dann können wir noch zur fahrzeughändler fahren dann holen wir den damper noch und dann fangen wir da oben an in den letzten zwei folgen von der großen vor produktion aufnahme session kreuzfahrt edition ja nur der bescheid ist nächste woche bin ich zwar wieder da von der kreuzfahrt aber einfach weil ich nicht weiß wann komme ich wieder heim genau sie alles noch nicht so ganz sicher nehme ich einfach sicherheitshalber noch mal eine ganze woche noch zusätzlich auf ich habe so viel platz hier aber fahr hier zwei zentimeter von diesem baustrahler da weg abladen und dann nächste folge kümmern wir uns um den damper dass der noch kommt und umleuchte braun mal halt was sind das löcher doch wahrscheinlich doch ein radlader hier herstellen mit dem mal versuchen das alles rauszubaggern alter fall da erster spatenstich machen wir in der nächsten folge dann licht aus da würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lange über den kommen ihr wisst bescheid nächste folge damper radlader noch hierher und dann gib ihm oder bis dahin peace out ciao